Einen wunderschönen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute geht es nochmal um Zahlen und zwar dieses Mal um den Datentyp von Zahlen. Nun, Datentypen sind eine wichtige Sache in sehr vielen Sprachen, aber es gibt auch Sprachen, die haben überhaupt keine Datentypen, die machen das alles selbst. Bei Kotlin müsst ihr Datentypen angeben, das habe ich euch schon gesagt. Und hier wird zunächst einmal, also nur für Zahlen, wir machen heute nur Zahlen, okay? Für Zahlen wird schon unterschieden in sehr viele Unterzahlarten sozusagen. Zunächst einmal, ob ganze Zahl oder nicht ganze Zahl. Das heißt, das hier sind alles ganze Zahlen. Wenn ihr versucht, einem Integer einen Komma-Fünf-Wert oder sowas zu geben, dann kriegt ihr da natürlich einen Fehler raus. Das heißt, wenn ich versuche, das hier auszuführen, ähm, meh, funktioniert nicht. Es wird quasi mir die letzte funktionierende Version ausgegeben, beziehungsweise es wird einfach hier dieses Komma-Fünf abgeschnitten. Ähm, und ja, es wird nicht mal unter den Problemen aufgeführt, weil es einfach hier quasi, es vergisst einfach, dass ich hier Komma-Fünf angegeben habe. Also, wenn ich jetzt hier Komma-Neun angebe, ist auch egal. Es wird immer abgerundet, wie wir hier sehen können. Ähm, und mir wird natürlich ein Fehler ausgegeben. Das heißt, das ist definitiv nur eine ganze Zahl. Wir wollen aber natürlich auch mit Gleitkommazahlen arbeiten. Und Gleitkommazahlen, weil Komma drin ist, ne? Ähm, und das kann man auch super mit einer, mit einer Konstanten machen, mit Pi zum Beispiel. Und das heißt, wir haben natürlich Pi. Und Pi ist eigentlich eine unendliche Zahl, aber man nimmt immer Näherungswerte von ein paar Nachkommastellen oder sowas. Und es gibt zwei Arten, wie ihr Nachkommazahlen richtig darstellen könnt. Und zwar mit Float. Ähm, da kann ich zum Beispiel sagen 3,14. Fertig? Ja, passt. Ähm, oder dann mit einem Double. Ähm, zunächst einmal zu Floats. Floats sind eigentlich die seltener genutzte Variante. Deswegen brauchen sie hintendran ein F. Also hinter der Zahl muss quasi F stehen, damit der Compiler weiß, also Kotlin quasi weiß, hey, schau mal hier, das ist ein Float. Das heißt, ihr müsst quasi diesem Float sagen, ich bin ein Float. Ähm, nochmal zusätzlich, also auch in der, in der Zahl selbst. Das ist ein bisschen komisch und ein bisschen unangenehm. Deswegen, was man normalerweise benutzt, sind Doubles. Jetzt. Nun, der große Unterschied zwischen Float und Double, ich schreibe das hier mal kurz in einem Kommentar hinten dran. Damit könnt ihr quasi einfach was reinschreiben, was nicht zum Code dazu zählt, für euch quasi eine Anmerkung, ja. Das sind diese zwei Slashes, die ihr hier mit, ähm, Großschreiben und 7 machen könnt. Float hat 32 Bit zum Darstellen dieser Gleitkommazahl, während Double hat 64 Bit zum Darstellen einer Gleitkommazahl. Warum ist das jetzt irgendwie wichtig für euch? Nun, wenn ihr einen Float habt, dann könnt ihr Gleitkommazahlen nicht so genau darstellen. Das heißt, wenn ihr 3,14 bla 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 macht, dann ist spätestens nach dem zweiten Bla eigentlich irgendeine Ungenauigkeit dabei. Das heißt, kleinere Rundungsfehler oder sowas, weil das Ganze wird natürlich nur binär im Rechner gespeichert. Also ein Rechner kennt nicht das Zehner-System, das wir haben, Zahlen von 0 bis 9 oder Ziffern von 0 bis 9, also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann wieder 10, 11, 12, 13, 14, 15 bis 9, 90. Das sind zwei Zehner-Ziffern. Der Computer kennt nur 0 oder 1, das heißt, er muss alles irgendwie so darstellen. Und innen drin im Computer gibt es auch nochmal eine bestimmte Berechnung für Gleitkommazahlen. Das heißt, es gibt einfach einen Standard. Wen es interessiert, da habe ich sogar ein Video dazu gemacht. Heißt IEEE 754 Standard, mit dem man eben Gleitkommazahlen darstellen kann. Das ist jetzt nicht wirklich relevant. Im Endeffekt ist bloß für euch relevant. Double ist sinnvoller, weil es eben genauer ist. Also er gibt euch die Zahlen besser aus. Sprich, ihr kriegt nicht irgendwelche Rundungsfehler oder sowas. Während Float natürlich ein kleines bisschen Platz spart. Aber ganz ehrlich, ob 32 Bit mehr oder weniger, wen interessiert das heute noch? Ihr habt wahrscheinlich mindestens 8 GB Arbeitsspeicher auf eurem Handy. Also völlig egal, ob 32 oder 64 Bit. Das ist nicht mal Byte, das sind noch lange keine Kilo Byte. Ein Kilo Byte hat 1024 Byte und ein Byte sind 8 Bit. Das heißt, es ist nicht wirklich relevant vom Platz her. Außer ihr macht tatsächlich was mit Grafikkarten. Da ist es dann üblich, dass man mit Float rechnet oder wirklich, wirklich effiziente Programme. Aber im Normalfall empfehle ich euch immer einen Double zu verwenden. Bei Ganzzahlen sieht das ein kleines bisschen anders aus. Bei Ganzzahlen kann man natürlich auch ganz große Zahlen verwenden. Also groß vom Speicherplatz her. Das ist da allerdings eher unüblich. Ihr habt hier die Möglichkeit, auch wieder sehr viele verschiedene Datentypen anzugeben. Ich nutze jetzt hier einfach mal für diese Zahl einen anderen. Wir haben die Möglichkeit, einen Byte anzugeben. Wir können hier einen Short angeben. Wir können ein Int angeben. Und wir können ein Long angeben. So, jedes Mal, wenn ihr eine Zahl angebt, die nicht Standard ist sozusagen, also die nicht den Standard-Datentyp hat, müsst ihr dieser Zahl noch irgendwas hinten dran hängen. Das heißt, wenn ich dieser Zahl jetzt einen Byte geben möchte, dann sehen wir hier erstmal, okay, ich kriege einen Fehler raus, weil ich nicht konform bin mit der Darstellung. Das ist jetzt nicht unbedingt gut ausgedrückt in der Fehlermeldung. Das Problem ist einfach ein Byte. Ich schreibe das mal hier hinten dran auch wieder als Kommentar. Ein Byte hat 8 Bit. 8 Bit bedeutet, ich habe maximal die Möglichkeit, die Zahl 2 hoch 8 darzustellen. Wobei ich da natürlich noch positive und negative Zahlen habe. Also eigentlich nur 2 hoch 4, sowohl plus als auch minus 2 hoch 4. Oder minus 1 dann. Das heißt, ich kann gerade mal 128 darstellen, was relativ wenig ist und logischerweise auch weniger als 1920. Sprich, ein Byte reicht mir einfach nicht aus, um alles darzustellen. Ja, also um 1920 die Zahl darzustellen. Ich habe einfach nicht genug Speicher dafür reserviert. Aber dafür brauche ich natürlich nur ein einziges Byte. Also was 8 Bit sind im Endeffekt, das ist schon sehr, sehr wenig. Ein Short sind 16 Bit. Ein Integer sind 32 Bit. Das ist der Standard und dann haben wir noch den Long. Der hat, ich mache das mal in eine neue Zeile, sonst kann man das ja nicht mehr richtig lesen. So, der hat 64 Bit. Nun stellt sich hier natürlich auch wieder die Frage, warum nicht immer einen Long verwenden? Naja, mit einem Int kann man eigentlich alle Zahlen darstellen. Ich habe glaube ich noch nicht einmal, okay, 2-3 Mal ist es mir vorgekommen, aber ich habe schon wirklich viel Shit programmiert. 2-3 Mal ist mir vorgekommen, dass ein Int nicht ausgereicht hat und ich einen Long verwenden musste. In 2-3 Sachen, wo ich programmieren wollte. In den aller, aller, allermeisten Fällen könnt ihr einen Int nehmen, ohne dass euch irgendwas limitiert. Bei einem Short seid ihr schon wieder teilweise ein bisschen Short dran. Haha, Wortwitz. Aber in diesem Fall wird es natürlich ausreichen. Vor allem bei Konstanten kann man sich das dann überlegen, ob man nicht vielleicht wirklich einen Short wählen möchte. Weil die sind quasi das ganze Programm verfügbar und man hat dann vielleicht zu viel Speicher reserviert, aber selbst hier kann man eigentlich sagen, Int passt völlig. Und ja, dann habe ich noch die Möglichkeit, einen Long zu schreiben. Beim Long habe ich natürlich sehr viel mehr Speicher reserviert, aber wie gesagt, in den allermeisten Fällen wollt ihr einen Int für ganze Zahlen oder einen Double für Gleitkommazahlen, wie eben Pi eine ist. Und ja, das würde ich euch ganz gerne mal ausprobieren lassen. Und zwar auch wieder als kleine Übung, mal wieder so am Ende des Videos. Probiert mal eine Zahl, irgendeine Zahl auszugeben. Also weil, sagen wir einfach mal Experiment dazu. Vom Typ Float bitte. Und die setzen wir mal auf 3,14. Muss nicht Pi sein, ist völlig egal. Und sagen natürlich F hinten dran und dann geben wir sie mal aus. Print, Line, Experiment. Experiment. So, okay. Schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Ja, wir haben hier 3,14 ausgegeben. So, jetzt will ich folgendes von euch als kleine Übung. Und zwar, dass ihr so viele Zahlen da hinten dran haut, bis irgendwann ihr merkt, oh, da sind jetzt auf einmal Fehler drin. Das stimmt so nicht mehr. Okay. Und ja, das wird relativ bald sein. Und dann switcht ihr mal auf ein Double und probiert das damit aus. Okay, wir hören uns bis gleich. Gut, da sind wir wieder. Wir probieren jetzt das Ganze mal aus, was ich euch gerade als Übung gegeben habe. Sozusagen direkt die Lösung zur Übung. Und zwar hängen wir hier einfach einen Haufen 7 da hinten dran. Und ist völlig egal, welche Zahl im Endeffekt. Und jetzt sehen wir hier schon 7, 7, 7, 7, 8. Das heißt, die fünfte 7 wird einfach zu einer 8 gewechselt. Weil, ja, also das ist einfach nur die letzte Zahl hinten. Weil, keine Ahnung, ist jetzt ungenau. Jetzt hängen wir noch mehr hinten dran. Ja, ich weiß, ich muss speichern. Und dann sehen wir hier, okay, 7, 7, 7, 8. Und dann ist auch schon Ende damit. Das heißt, mehr kann mein Float einfach wirklich nicht ausgeben. Das wird einfach gerundet auf 3,1477778. Und gerade wenn ihr irgendwie mit Berechnungen arbeitet, dann kann das schon echt störend sein, wenn ihr da diese Ungenauigkeit drin habt. Wenn ich jetzt hier allerdings auf einen Double wechsel und das dann ausgebe, dann sehen wir hier überhaupt kein Problem. Der Double kriegt das easy hin. Ähm, ja, ich sollte vielleicht bei Zahlen bleiben. Mit Buchstaben wird auch der Double Schwierigkeiten haben. Und wenn wir das jetzt noch weitermachen, dann sehen wir, okay, irgendwann kommt halt auch der Double mal an seine Grenzen. Aber mehr gibt es halt leider nicht. Aber wir sehen, der Double probiert es wenigstens. Und er ist relativ lange dabei zum Probieren. Das ist jetzt tatsächlich die höchste Genauigkeit, die man einfach für Gleitkommar hier hat. Ähm, und ist deutlich besser als ein Float. Und das sollte auch für die meisten Berechnungen eigentlich ausreichend sein. Zumindest grob ausreichend. Ähm, generell gilt die Grundregel, wenn ihr mit Gleitkommarzahlen arbeitet, müsst ihr immer, ähm, Vergleiche, das werden wir noch machen, ähm, müsst ihr immer runden sozusagen, ähm, auf eine gewisse Nachkommastelle, damit ihr euch sicher sein könnt, okay, ähm, das ist auch wirklich hier jetzt eingetroffen oder auch nicht. Also, vergleichen ist sowieso mit Double immer ein bisschen schwierig, aber Berechnungen super gut. Ähm, dadurch entstehen übrigens auch ein paar Glitches in Computerspielen zum Beispiel, wen es interessiert hat, weil einfach Float oder Double ungenau sind, ähm, und nicht perfekt. Genau. Und das war es eigentlich auch schon mit den Zahlendatentypen. Ich hoffe, ihr konntet soweit nachvollziehen. Ähm, für diejenigen, die vielleicht nicht unbedingt sich alles merken können, verwendet Int, verwendet, verwendet Int für ganze Zahlen, verwendet Double für Gleitkommarzahlen. Ihr könnt ein Double auch verwenden für ganze Zahlen, allerdings würde ich euch das nicht empfehlen, wie wir hier jetzt auch sehen können. Wenn ich, ja, ähm, wenn ich eine ganze Zahl angebe, muss ich Komma Null hinten dran schreiben, sonst funktioniert das nicht mal. Und, äh, dann kriege ich hier zwar 3,0 raus, aber je nachdem, welche Zahl ihr hier habt, kann es euch passieren, dass ihr leider, leider, leider auch da schon eine Ungenauigkeit habt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das hier mache, na komm jetzt. Okay, Pech gehabt. Ähm, ihr könnt gerne mal nachschauen, ob ihr eine Double-Zahl findet, die einfach vorne eine ganze Zahl ist, hinten Komma Null hat, ob die dann wirklich alle Komma Null hinten haben, nicht unbedingt, ähm, je nachdem, welche Zahl ihr da nehmt. Gut, wir wollen auch noch eine Übung zu sogenannten Overflows machen, aber das kommt dann eben später. Und ja, das war's von meiner Seite wieder mal. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.